Oh, Lord Dohalem, ihr seid's. In der Tat, gibt es ein Problem? Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber habt ihr von den Gerüchten über das Gebiet vor uns gehört, mein Lord? Habe ich nicht. Wisst ihr zufällig etwas von den Gerüchten, Kisara? Ein bisschen. Leute haben behauptet, dass sie ein Grollen im Boden hören und nachts ein seltsames Licht sehen. Sie stimmen. Und vor allem, seitdem dort kürzlich eine Sternstaube abgestürzt ist, ist alles nur noch viel verrückter geworden. Ich wollte sogar mit den Wachen darüber sprechen, aber sie waren total abweisend und sagten mir nur, ich solle mich fernhalten, da es gefährlich sei. Ich hätte fast Lust dazu, ihnen zu sagen, dass sie ihren Ton überdenken sollen, wenn sie mit normalen Bürgern sprechen. Dohalem, nein. Wenn ihr das ansprecht, wird das gleich zu einer ganzen Affäre. Ich werde mal mit ihnen reden. Wartet kurz. Und da ist auch eine Sternschnuppe abgestürzt. Ja, ich habe Angst, dass etwas geschieht, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir dürfen das nicht ignorieren. Dohalem, Dohalem. Glaubt ihr nicht, dass es eines dieser Lichter aus dem Keil sein könnten? Möglicherweise. Wir können es uns kaum leisten, dieses Gerücht zu ignorieren. Keine Sorge, wir werden der Sache nachgehen. Vorerst fordere ich alle auf, das Gebiet zu meiden, dass wir die Situation geklärt haben. Oh, danke, Lord Dohalem. Verstanden. Bitte passt auf euch auf dort draußen. Geister-Tempel. Oh, warte mal, was? Wird unser Hof erweitert? Oh, hier seid ihr wieder. Perfektes Termin. Ruf, du bittest bestimmt gleich wieder um einen Gefallen, nicht wahr? Keine große Sache. Ein Arbeitsuniform, die ich in der Stadt bestellt habe, sollte fast fertig sein. Könntest du sie vom Schneider für mich abholen? Das sind nicht deine Laufburschen, alter Mann. Versteh mich nicht falsch. Ich würde selbst gehen, wenn ich könnte, denn die Schneiderin soll die hübscheste Dame der Stadt sein. Aber ich habe alle Hände voll zu tun mit den Tieren, deswegen kann ich es nicht selbst erledigen. Ach, das ist ja ein Pech. Ich schätze, wir können das für dich erledigen, mein Herr. Oder Alfen? Ja, kein Problem. Danke, Kinder. Ich überlasse euch das. Also die Aufgabe. Okay, ich werde das, Alfen. Ich werde das. Ich werde das, nicht wahr? Nein, nein, nein. Ich werde das, die Frau der wichtigste Stadt. Ich werde mich bei dir befinden. Wow. Und des Loden gibt es auch noch was. Soll noch jemand sagen, das Spiel sei linear? Mit so viel zu tun. Vor allem, ich werde nach den ganzen Nebenmissionen noch angeln. Du bist! Ja! Hehe. Könnte das etwa... Was zur Hölle? Ach, nun ist aber gut. Nochmal? Ich bin skeptisch. Vielleicht, wenn wir das nehmen. Du hast es geschafft. Ruhig dich, Alter. Waren wir uns. Was? Was? Sie reden in einer anderen Sprache. Ich weiß nicht, was die meinen. Lona, Loanisch. Boah, wir haben immer noch diesen Erfahrungsboost, ne? Von wann weiß ich wann. Hä? Hä? Ähm, aber ich würde mal ins Gasthaus. Boah, diese Sündenklinge. Was. Ja. Was. Wirklich? Ja. Was. Wirklich? 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 Ach, hier können wir ja noch was herstellen. Das war das nochmal. Geschmiedete Waffen sind... Alter, wie soll ich denn das schaffen? Ich kann nichts herstellen, was es noch nicht gibt, aber okay. Mit Sashimi habe ich auch noch nicht. Das war's für mich. Dafür müssen wir die ganzen Nebenmissionen machen. Das war's für heute. Aber war diesen Zeugel schaffen? Er war doch etwas über 40 nur, ne? Na endlich! Der Timeskip musste kommen. Hey, schön dich zu sehen. Tut mir leid, wer bist du nochmal? Ich bin der, der dich um eine Modeberatung gebeten hat. Auf dein Anraten habe ich mir etwas Mutiges ausgesucht. Wie sehe ich jetzt aus? Verdammt, wie männlich und stattlich du aussiehst wie ein rechter Krieger. Dafür bekommt man ja Augenkrebs. Etwas auffälliges, ja. Aber du siehst aus, als hieß du gleich in eine Schlacht. Du stehst definitiv raus. Aber aus den falschen Gründen. Ein hartes Urteil. Aber ich lasse das nicht an mich ran. Ich muss noch einen Gang hochschalten. Das ist die richtige Einstellung. Viel Glück! Das hat jetzt eine ewig lange gedauert, bis ich die Quest beenden konnte, ne? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass jetzt die Zeit gekommen ist. Mein Zeugel zu schlachten. Das ist ja widerlich. Ähm... Umkontakt? Das war's für heute. Oh, war das gerade sein Schwachworn? Ding, wir wollen ein mal. Oh, warte. Dann schön. Wolltieren wir hier auf... ... und ich sage, dass es so geht. Geh ans und auch mit mir hier zu gehen. Das spielt euch vor allem. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh. Oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Da ist noch eins. Da ist noch eins. Das war's für heute. oh gott was ist denn hier los leute es ist es Was ist der Kampf? Ja genau, laufe mal auf mich zu du Pisser! Ja genau, laufe mal auf mich zu. Ja genau, laufe mal auf mich zu. Ja, mach den doch mal fertig, der macht mich. Alter, der geht mir auf den Piss. Ja genau, das war's. 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 Das war's. Ja genau, 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 das war's.